So, ich habe wieder ein neues Platin-Projekt gefunden. Masters Adventures hat sie das. Ich glaube, es kostet so 99 Cent. Und es soll relativ schnell gehen. Was man tun muss, es ist so ein Jump and Run, glaube ich. Was ich so gesehen habe in der Videobeschreibung. Collect Ultras raus. Tempres on the Tor. Und da geht es in der nächsten Level, okay. Also wir müssen das stärker jetzt aufredrucken. Ach so, ich habe nicht einmal alle drei Sterne. Ah, okay, jetzt check ich es. Alle drei Sterne sammeln, dann geht es auf das Tor. Okay, alles einfach. Ah, Jump and Run habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Das ist doch nicht so einfach. Das steht jetzt da nach der Zeit, nämlich. Da muss man schnell sein. Okay, haben wir. Ach so, anscheinend muss man nicht da... Ach so, ist ein Trampolin. Alle leveln oder so machen. Aha. Okay, einer ist da. Da. Okay, wie geht der Letzte? Wie sollt der Letzte gehen? Wie sollt man denn da oben kommen? Das geht auch gar nicht an. Warte mal, ich kann nur oben stehen bleiben. So, ich gehe mal ganz auf, ich gehe mal ganz auf jetzt. Aber es geht auch nicht, ich komme nicht ganz auf. Ach so, warte mal, jetzt weiß ich glaube, wir müssen kurz oben stehen bleiben. Nein, nein, das ist ja ein Trampolin. Hey, wie soll ich denn das gehen? Okay, jetzt bin ich da oben. Und jetzt? Ah, man muss wieder zurück auf tweaken. Okay, ich habe es jetzt. Hat ein bisschen dauert bei mir. Jetzt verstehe ich es. Jetzt haben wir es. Zuerst oben stehen bleiben, dann auf tweaken. Das ist ein Gegner jetzt. Aha. Okay. Also man kann das Spiel sicher wesentlich schneller schaffen als ich, weil ich habe da einige Fehler gemacht. Wieso erwischt man denn da die letzte Flamme sogar? Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig schwierig wird. In den letzten Level dann. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, jetzt geht es. Nein, das ist eine Stochie. Ich darf gar nicht unten. Ah, jetzt check es. Jetzt check es. Na, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Jetzt aber gleich haben wir es ganz. Ich muss jetzt nämlich wieder zurück. So, jetzt. Bisschen drücke ich das Ganze. Aber wir haben es. Okay, da einen richtigen Moment springen. Habe ich alle drei. Das geht jetzt wieder hin kurzzeitig. Ach so, das stürzt ein. Ja, super. Dass das einstürzt. Ist mein, jetzt habe ich den Stern nicht erwischt. Okay, jetzt ist das nicht mehr gescheit. Man macht so viele Flüchtigkeitsfehler in dem Spiel. Ja, gut. Das Langstäbeln darf ich da nicht. Nein, die Flamme. Ich weiß nicht. So, ich renne? Nein, oder? Komm. Schwieriger ist da, soll es. So. Und jetzt wieder Zucker, oder was? Hilfe. Ja, wir sind da. Wir haben es geschafft. Komplett Level 6. Wie viel gibt es überhaupt? Ja, spielen sie einfach mal. Ich schätze mal, ich weiß nicht. Wie viel hat es am Anfang? Am Anfang, glaube ich, hat man es sogar gesehen. Oder 30 Levels. So, was gibt es das? Achso, jetzt sind wir oben. Ja, das ist schwierig zum Schauen oben. Von oben wird es schwierig werden. Ah, schau. Knopp. Konzentriert bleiben. Okay, wir haben es. Komplett Level 7. Okay, ich schätze mal, wenn wir da einig sind, kommt man und draußen. Das sind lauter Trampoline wahrscheinlich. Wo bin ich jetzt? Aha, ganz oben, okay. Ja, okay, ist gegangen. Komplett Level 8. Jetzt kann man nicht gut drauf hinschauen. Das heißt, es kann nicht mehr so viel sein. Bis zur Platin. Was ist denn das? Achso. Achso, ihr seht das gar nicht, gell? Ich meine, im Endeffekt. Warte, ich tue die Kamera schnell mal ausblenden. Es sind da nur die drei Sterne, so ein Raster ist da, wo die dann reinkommen. Eigentlich nichts Besonderes zu haben. Aber weil sie sich halt gerade verschoben hat. So, let's go. Hoffe. Hey, ich habe einen Stern verpasst. Nein, ich habe einen Stern unten verpasst. Mit drei Gäste übrigens. Reset. Habe ich gerade rausgefunden. Ich habe einen Stern verpasst. Ja, das war klar. Es gibt sicher Leute, die machen da Speedrun bei den Spielen. So, jetzt hat den Heufer gepasst, nämlich. Und, let's go, jetzt haben wir alle drei. Ein-Wirn. Komplett Level 9. So, da ist auch noch mal. Ganz vergessen. Ja, super. Warte, ich muss einmal springen da oben. Sonst geht es nicht. Ich muss, wenn ich oben bin, muss ich einmal springen. Hier, haben wir. Komplett Level 10. So, da wird er jetzt schon angeschossen. Ja, wir anfangen. So, jetzt. Nein, ich habe wieder einen verpasst. Wo denn? Wo habe ich einen dritten verpasst? Nein, ganz oben. Wie kann man denn so blind sein, dass man das übersehgt? So, ja. Flüchtigkeitsfehler. Ja, genau so wie das. So, jetzt. Ich habe den ersten einfach verpasst gehabt. Und jetzt damals. Ja, jetzt. Na mal. Komplett Level 10. Was kann man da machen? Da kann man das unten. Aha. Können wir so gleich springen. Das ist ja, was bringt man das? Das ist ja eigentlich viel schlecht, oder? Weil der ist ja dein Stern nicht. Ja, genau. Hä, wie schwierig. Es geht nicht. Boah, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Nein, ich habe es doch nicht geschafft. Hä, das ist gut, dass man das versorgt. So, nochmal. Man fliegt einfach auf die Steuer. Das war aber ja eigentlich klar. Nein? Warte, mittlerweile habe ich es schon außen. Mache ich das jetzt schon? Nein? Die ganze Zeit mache ich das schon eine halbe Stunde jetzt, glaube ich. Immer kurz von vorn. Nein? Meine Güte. Komm schon. Überlegt euch das gut, ob es die Platte machen wird. Okay, ich muss jetzt durchziehen. Jetzt habe ich es schon gekauft. Aber deswegen mache ich es solche Videos. Ihr könnt euch auch selber dann entscheiden, ob es die Spiele gekauft oder nicht. Das werde ich wieder nicht entfernen, nur wegen den Unlevel da. Außer es hat es wirklich gut in Jump'n'Bahn. Dann ist das natürlich was anderes. Komm schon. Komm schon. Ich habe hier ein Plattenbeugt. Nein, genau jetzt beim Ovi fahren. Oder was? Lol. Man kann einfach durchstehen. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das geht. Nein, man kann es nicht ausschalten. Man wird aber hin, wenn man auf der Sprengt. Das ist auch witzig. Jetzt. Habt ihr es gesehen? Ihr wart live dabei. Ach so. Ja, wir sehen, dass es dann geht. Wenn die Stochen nicht mehr kommen. Okay, so. Und jetzt? Ach so. Aha. Nein. Okay, so. Okay, wir haben es geschafft. Komplett Level 12. Es geht noch weiter. Ich habe den Stern verpasst. Und ich bin in die Stochen rein. Warte mal kurz. Wenn ich da jetzt aufwäge, da ist eine Stochen oben. Ich bin in die Stochen oben. Wo soll ich ihn leicht hin? Check es gar nicht. Wo soll ich ihn leicht hingedauen, wenn ich unten bin? Ich bin in die Stochen oben. Ich muss es wieder. Ich muss es wieder warten. Ich bin in die Stochen oben. Ich muss es wieder. Ich muss es wieder warten. Ich bin in die Stochen oben. Konzentration ist weg. Jetzt müssen wir ohne Konzentration noch weiterspielen. Es wird schwierig werden. Da braucht man viel Glück jetzt. Wieso mache ich denn solche Fehler jetzt auf einmal? Hä? Das sind Wicken. Um die Wicken gehts. Okay. Was Shakespeare? dass die wolken hin werden nein ich habe einen stern verpasst da unten ist ja ich bin nicht mehr gespalten ja noch mal stern verpasst das ist jetzt los ich glaube besser wird es noch mal jetzt muss ich da extra ganz oben fahren so jetzt haben wir es komplett level 13 nein warte mal der stern verpasst nämlich jetzt muss man mit die wolken da oben oder was auf die wolken kann man ja nicht einmal rauf was wir jetzt kann man auf die wolken rauf jetzt geht es schon auf einmal oder was wieso ist es vorne gegangen es war der zweite ich habe schon lassen kraft jetzt kann ich ja selber da ist ja und das anstochen natürlich für mich um mich aber ganz schnell habe ich ja nochmals jetzt das nächstes ja man sehen da erst mal teleportiert ist einfach instant da gehen geht zum wissen Wann sind wir da jetzt auszugehen? Nein, nicht aufgefahren, Robin. Man, wie können wir auf erst das? Wir müssen geduldiger werden. Ich mache immer dasselbe, ich will es einfach nur so schnell wie möglich auf Platten machen. Man macht uns sicher Fehler, ja, genau wie das einfach. Jetzt wird es knipflig. Nein, ich habe es nicht inzwischen. Jetzt müssen wir wieder richtig rausgehen. Nein, wir können abgefahren. Wir haben es geschafft, komplette Game Platten ist da. Ich hoffe, es soll. Das Video hat euch gefallen. Ja, es geht eigentlich. Wenn es das gut in Jump in Transat, das hat sicher besser als ich, dann schafft es das im ersten Versuch. Dann braucht es auch nicht so lange. Ich werde es 24 Minuten haben gebraucht. Ich werde das Video ein bisschen rauszuschneiden, weil es braucht mich auch nicht die ganzen Fehlzeichen und so. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, lasst es mir ein Like, abonniert den Kanal, damit es den nächsten Plattenprojekt nicht verpasst und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Also, kein Video. Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal!